Tom, Redfly Davis aus dem Film Triple Frontier in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Stiefel 511 Fast Tech 8 Zoll ohne besondere Farbe. Oberteile Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln in Blau. Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.